willkommen zu einer neuen folge bis zu stecken das wird die dritte letzte folge sein ich werde nur die 50 voll machen wahrscheinlich und da widmen wir uns mal was neun würde ich sagen aber in der zwischenzeit kommen wir doch hier bestimmt noch ein zwei sachen machen ich muss nur noch schauen was hat könnte noch ein paar planeten erobern zum beispiel wenn wir das wollten die sind eigentlich die zwei planeten hier vielleicht noch das hier drüben könnten wir uns noch ein verleiben können wir den invasieren könnten wir das wäre eine möglichkeit hier sind diverse schiffe noch setzen doch jemanden angriff dann gucken wir mal noch kurz pause ach so warte mal mehr mit dem glaube ich eigentlich ein christ abkommen das können wir mal stornieren so wie schön beteiligungsbasen diverse stationen wo ist man denn da carbonit haben anscheinend zu wenig okay ich habe gesehen hier gibt es noch ein paar schiffe die man reparieren können das sollte man mal machen was auch immer das recht sind das menschenschiffe ich bin mir nicht sicher wäre möglich wo sind das hier hinten am a der welten einst toll so müssen wir gucken ob der jetzt alle hinfliegt wir können ja einfach den welt äh den planeten zerstören das wäre auch eine möglichkeit ja sag mal planetenverwaltung sehr gerne forschung nein danke nein danke könnten noch ein paar treibstofftransporter vielleicht auch noch mal zehn so schön gucken wir mal wird es jetzt ein auftrag geben oder wurde das schon gebaut ich weiß nicht aber ich glaube schon ich wäre es kurde es kurde 2 ok also meine flotten der gepflegt zum raumhafen der lebt truppe da greift vodica an wo das welche beschädigt sehe ich gerade ist etwas beschädigt ja das gefühl nicht gut irgendwie schaden kann das sein keine gute gegend hier oben steht der treibstofftankerung hat nichts zu tun oder hat der ist aber mutig was macht ihr damit ihr zerstört oder was ok man ist da langsam das ist wieder alle krieg hier und schatz geworgen sehr schön die hier oben ist jetzt die jetzt so schnell da hoch gekommen unbegrenzter handel der gründer gilt die können wir jetzt bauen sehr schön geht es direkt weiter mit dem großen fachdruck naja die kommen nicht weit sehr schön sehr schön beiträumung im händler gehele kann man gerne bauen dann geschwöen hightech forschung achso ist ein anderes reichen ach hier oben ok industrie forschung da ist wahrscheinlich auch schon anderes reich dran leider hier hinten naja da kann man nichts machen es gibt immer noch die iron army hier kann man die vielleicht abschießen mal piratenziele zu weit weg schade sehr schade kreaturen leider nicht basen keine ahnung wo das ist man weiß es nicht ablehnen nö 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 Das ist einiges, der auch. Okay, das dauert am Weichen. Joshua hat unbekannte Objekte. Hm, okay. Für die zum Quarzen verrexten Feuerstein. Das ist ziemlich gut. Leider nicht in unserem Bereich. Sehr schade. Wenn wir in diesem Terraform-Station wieder abreisen. Das brauchen wir nämlich alles nicht mehr. Das Weltkampf hatte ich jetzt schon. Genau. So, du hast die Mutalen. Die Mutalen. Wieso? Hier noch zu Planeten. Wieso wird da nichts hingebracht? Das verstehe ich jetzt aber nicht so ganz. Ein Xenox, ja. Hier unten. Genau. Die Eis-Tronter. Warteschleife für Kolonisierung. Brechen. Ach, was habe ich jetzt gemacht? Total versöhnt hier manchmal. Ich bin mal hier rüber. So, nee, das sind hier die falschen. Oder? Nee, Quatsch. Hier unten ist der Planet. Genau. Lad mal hier die Kolonisten auf. Mach das doch mal. Der Believer Vollkott. Ist der hier? Okay. Der Rest muss noch warten. Keine Ahnung, warum das geht. Nicht geht. Scheint mir ein bisschen verpackt zu sein. Keine Mission. So, jetzt kriegt man hier die Infos. Ah, jetzt geht's auf einmal. Wart. Okay. Haushalt so. Das ist mir auch recht. Notal, genau. Wieso schickst du die hier hin? Wein Impuls. Sind die Sekuran, genau. Also nur plus 10. Ehe, das ist kacke. Äh. Ich weiß, was ich probier aus. Ding jetzt. Stopp. Feisalplanet. Das stimmt. Das müssen die Tee kann sein. Genau. Wenn Impuls so klicken, dann ist das. Platoon 1 Hier ist noch ein schöner Promo Xinox Was war das? 13 Ne ist auch nicht so optimal Warte ist Mist Abbrechen Das passt mir so nicht Das ist Mist Sekuran 2 10 13 16 16 geht noch Es geht auch alles noch Jetzt wird es schon schwieriger 5 9 2 2 9 Hier hat der Am Ende der Welt Ist so doof wenn die das nicht automatisch machen Ich habe da noch ein Schiff rumstehen Ok offenbar müssen sie mal ausladen So mal schauen wo So mal schauen wo Hier Entladen Ok Dann entladen die Der fliegt Zum Heimatplaneten Ist auch gleich da Sehr gut Ok Ok Da machen wir das halt ein bisschen Umständlicher Würde ich sagen Würde ich sagen Wachtlagerung Sehr gut Schön 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 So passt das Enorme Sandsturm Mal wieder Ohja die fette Station hier oben Uiuiuiui Kretter fetter großer Raumhafen Sieht auch geil aus So So haben wir noch knapp 60.000 drin Sehr schön Riegel 2 war das der Planet wo ich gesagt habe Ich glaube schon Wattl Hier fehlt noch irgendwie genau das ist der wo ich wollte dann passt das jetzt haben wir die coolen schiffe endlich wieder ordentlich sortiert bis auf das eine noch da muss man irgendwelche standortkarten bekommen hochleistungswerft die hier ist die hier sollte man das ja auch klar sondern es dauert halt neun jahre die erweiterten kraftstoff lager bedingerten graben würde ich sagen mir sonst noch was schönes hier ist noch ein 18 die mortalen da fehlt ja was ein schiff hier das passt ok eine neue kohle sehr schön truppen klonanlage die karriere hochleistungswerften wo war die koloniert ich habe vergessen die jene ja auch mal die terraform station würde ich sagen das passt ja alles soweit schön schön macht nur weiter so gott habe ich viel geld ist das lieber suchschleicht herum ok das kreisten wird an die elfte flotte kreist sein warum das denn irgendetwas so passt wieso kreist du die flotte an minus 84 die mögen mich nicht besonders ok könnte man eigentlich auch mal erobern diese anderen mortalen wie sagen das wäre die idee nur ein bisschen was erobern dazu ich habe hier viel inhaftiert das ist ein z g 229 und ohne bild das soll man verstehen pause was jetzt los das gibt mir gerade ein bisschen schnell verlassen schiffe in der untersuche diese ganzen schiffe wo ich letztens gesehen habe weiter der kraftstofflager sehr schön hochleistungswerft ältere händler kolossales erdbeben sowas ok schön schön die weiter laufen lassen ok sägma einnehmen könnte man vielleicht sogar vielleicht noch mehr tief ins flotten bauen das wäre doch eine idee warum noch ein bisschen würde ich sagen wo stehen die alle stationiert pause da ist eine da oben ist eine da hinten was machst du denn bist du hier im krieg oder was ist los mit sekura empire im krieg ok die büge sich offenbart ist so sehr na gut was haben wir hier noch eine beteiligungsflotte wie stark ist denn die kann ich irgendwie die ganze flotte anklicken nö so wir hier mal eine invasion oder kann man das mal an mal gucken ob das was wird viele neue kolonien sehr schön eine sehr tauglich auch das war hier zwei genau die war auch super so handelzentrum läuft noch ok kleiner raumhafen gerne doch hier müssen wir eigentlich auch mal eine invasion starten dass wir uns den hier auch schnappen für den anfang was kämpfen die hier gegen wen gegen was lassen schiffe repariert juhu oh hier sind aber viele schiffe hmm ok hab ich mal gespannt hab ich irgendwie einen verteidigungspakt oder so hab ich irgendwas verpasst oder wie wir verteidigungspakt geschlossen ich kann mich jetzt nicht daran erinnern eigentlich nicht sind noch eine acht angriffsflotten kommen auch ok aber ich bin mir gerade nicht sicher wo die hinreisen die einigen die kämpfen sind jetzt hier ne ne so ein geschenk danke sehr nett der mag uns nicht schon nicht angreifen unsere militaire ja was soll ich denn jetzt dazu sagen die müssen noch truppen laden ich habe das gefühl ich habe zu wenig was zu flotten ich glaube ich mache jetzt weitere inversionsflotte neue flotte bauen bei ist safado würde ich sagen so ok dann war mal vielleicht mal mehr verteidigungsflotten hier hinten so vielleicht oder hier oben wie ist das kurs hier ist noch gar keine raumstation dann brauche ich immer noch ein raumhafen so wo ist denn jetzt meine ganzen flotten wo treibt euch alle rum da oben würde ich einfach mal den krieg erklären wäre doch viel einfacher oder würde ich jetzt mal behaupten ich könnte noch weiter angriffe sollte bauen nur die viele sind jetzt alle in reichweite noch eine attack fleet alle in reichweite so das sollte erst mal reichen der baut mal schön würde ich sagen nicht so schnell kommt ja gar nicht nach hier sehr schlimm ich möchte eigentlich keine info darüber dass hier schiffe gebaut wurden kann man das irgendwie abstellen ist ja nervig berater automatisierung schiffsbau ich bin sie viel auf einmal jetzt muss ich sagen so so neue zerstörer wunderbar flotte wird gebaut das fröhliche bauen hier hat die kolonisierungs sagen wir noch erforscht sehr gut das gefällt mir vielleicht kriegt man hier noch das hier hin mal gucken da fehlt noch was die zwei sachen auf jeden fall die dauern auch noch ein bisschen da müssen wir mal sehen ruf ist ok wie es scheint na gut lassen wir mal weiterlaufen die sechste flotte da oben hier hier drüben wieder her als die flotte ist aber auch ein schönes bedrängnis die achte defense flotte die sind aber gut beieinander wie lange es denn auch gut geht hier gespannt komm wir tun dir mal die kriege erklären zum abschluss pause quasi dieser kleine konflikt heiß geworden die wieder haben krieg auf sie so gleich mal kriegsziele wie hieß die mutagen feindliche ziele ach bekann ich auf dings haben sehr gut waschen geblieben ziele erst mal die flotten vernichten würde ich sagen die kolonien die kolonien die man kommt zumindest soll noch so ein basen die raum heben ja so dann zeigt mal was er könnte liebe ki bin gespannt wenn ich hab noch ein kolonieschiff wenn im polonieschiff naja ich hatte er bis zu lange der wäre mir lieber ehrlich gesagt sind ja das machen wir auch wenn das gerade noch ein bisschen im feindgebiet ist beim krieg ist alles erlaubt quasi wenn sonst so keine mission jetzt ob mir nicht schon genug zu tun haben schauen wir auf jeden fall schon jede menge militärschwitze stört läuft anscheinend die zwölfte da hatte ich auch noch fertig gebaut wenn die zwölfte flotte könnte man mal anderen raum haben heimathafen geben glaube ich zum beispiel hier kosmos was was akata meine ich so irgendwas explodiert ja ach die ist sogar hier oben gebaut siehst du wer schießt denn da auf uns was ist das das soll man auch verstehen fehlen auch schiffe so da finden auch noch schiffe also planeten verwaltung raketen abwehr ist ganz gut denke ich okay dann zeigt mal was er könnte hier liebe freunde würde ich sagen jetzt haben wir gleich alle arten von an die kontinentalfeld noch wohl gerade sagen oder brücheln aber mal weitere forschung mega labore kann er einmal in der galaxie gebaut das hier auch erforschen dass wir gleich mal galaktischer verwaltung oha ok gut ich würde erstmal sagen das war es heute sehen wir uns dann zur nächsten folge und dann gucken wir mal wie man die noch von der galaxie tilgen hier hoffentlich schauen wir mal wir sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschau tschau